Die Kamera in der KFZ-Fernbedienung bietet eine hohe Auflösung, Bewegungserkennung und auch Stimmaktivierung. Öffnen Sie die Abdeckung, um an den Power-Schalter und den Modus-Schalter zu gelangen. Mit Druck auf die Power-Taste starten Sie das Gerät. Die anderen Tasten dienen zur manuellen Videoaufnahme oder zum Start der Bewegungserkennung bzw. Stimmaktivierung. Sie sehen nun einige Beispielvideos, die an unterschiedlichen Orten aufgenommen wurden. Die Kamera in der KFZ-Fernbedienung Erwerben Sie diese und andere getarnte Kameras auf www.alarm.de Die Kamera in der KFZ-Fernbedienung